Was geht ab? Neues Video von mir. Ich bin hier gerade in B.O. 3 drin. Da habe ich ja schon mal einen Stream zu gemacht, einen kleinen. Und auf jeden Fall, ich habe hier, warte, den 3er habe ich gemacht. Es gibt jetzt eine Fernkampfwaffe, eine Nahkampfwaffenbestechung und dann 10 seltene Vorratslieferungen. So, und hier ist es schon. Wir fangen jetzt erstmal mit der Nahkampfwaffe an. So, was du nicht lassen kannst. Okay, da sind die Nujakos. Okay, 5 Kultum zurück. Dann machen wir erstmal die seltenen Vorratslieferungen. Vielleicht wird da ja eine Waffe oder eine Nahkampfwaffe drin sein. Wäre auf jeden Fall cool. Auch nichts Gutes. Oh, da ist eine Tarnung für die HFK. Nice. Oh, eine Tarnung für die SVG. Schade. Ich habe gehofft, eine Waffe. BAM-Tarnung. Oh, da ist eine Tarnung für die Argus drin gewesen. Aber die kommt natürlich nicht. Schade. Oh, die Eistarnung für die VMP. Mann, ich will doch lieber eine Waffe ziehen. Die Sachen bringen wir doch alle nicht. Komm, eine Waffe ist auf jeden Fall noch grüne heute. Also spätestens in der Fernkampfwaffenbestechung. Komm, da soll eine Waffe... Warten nach. Wir warten jetzt, bis er sagt, was gibt's. Dann kriegt man meistens mehr Glück. Also da ist... So, gehen wir mal auf die Farina, dann. Vielleicht kommt das halt. Du bist... Na, und bringen wir das... Na, und bringen wir das... bringen wir das... bringen wir das... bringen wir das schnell... Dennis, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, es anzugucken. Ich mach das jetzt einfach so lang, bis er sagt, was geht's. Ist mir jetzt egal, ob ich das wollte oder nicht. Jetzt kommt hoffentlich eine Waffe. Äh, nope, da kommt keine Waffe. Das sehe ich jetzt schon. Das war auch nichts. Und jetzt machen wir erst mal das Tagesdoppel auf. Ich mach's mir ein bisschen spannend. Oh, eine Firebred-Cop. Da ist noch ein Kupfer. Ein davon noch. Da ist keine Waffe. Schade, so, und jetzt kommt die Fernkampfer vor. Eine KVK, shit, nein. Ich wollte lieber einen Sniper oder sowas haben. Und dann können wir noch eine Kiste an sich öffnen. Das war's halt schon mit dem Video. War jetzt nicht allzu lang, aber trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.